Ja und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen hier zum zweiten Part von Star Wars Battlefront Ja ich würde sagen das geht direkt los, ich bin der Kai von Rokorti und wir gucken mal was jetzt hier auf uns zukommt Wir spielen Besiegen, heißt der Modus Besiegen, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht Auf jeden Fall ist halt das Ziel 100 Gegner zu töten oder eben mehr Gegner als der andere zu töten in der vorgegebenen Zeit Ich hoffe ich krieg hier ein bisschen was auf die Reihe, weil ich bin nicht so der Profi in Star Wars Battlefront Das hatte ich ja letztes Mal schon angedeutet, angemerkt, aber es läuft für uns ganz gut Ich muss sagen ich hab diese, ich hab Star Wars Battlefront jetzt auf dem Pizza, hab ich letzte Folge schon angesprochen In der ersten Folge, ähm, ab und zu, lol, wir stehen da laufend einfach weg Ab und zu spiel ich jetzt privat, also sowas von selten, ich bin ja eher nicht so der Shooter-Spieler Deswegen auch nicht so gut wahrscheinlich Ich hab das immer mit meinem kleinen Cousin gespielt auf der Playstation 4 Und dann hab ich so gedacht, komm, das holst du dir mal für den PC, das ist verdammt geil Alles klar Der holt mich mit der Shotgun weg, der Pisser Ich hab immer noch nicht irgendwie was umgestellt oder so Aber gut, dass die schon doppelt so viel getötet haben wie wir Perfekt Okay, weiter geht's Wo ist denn der Pisser Ganz da hinten So, den haben wir Easy going So, den haben wir Ach, verdammte Scheiße Junge, die nehmen uns ja total auseinander Gut Ich hoffe, ihr seid nicht so über meine Spielfähigkeiten schockiert Ich find's eigentlich auch ganz interessant, wenn man so Wenn ich jetzt, sag ich mal so Keine Ahnung, 5000 Nein, das ist so viel Sag mal so 100 Parts hochladen von Star Wars Battlefront Und ihr so mitbekommt, wie ich halt immer besser werde Hoffentlich Ja, ich treffe nix, alter Ein HP, ein HP Komm, mach dich doch wieder auf Ja, gut Ich hätte jetzt gewettet, dass irgendwer kommt Nämlich gleich absen hat Danke dafür Genau damit habe ich gerechnet Aber schon zwei Sekunden früher Okay Wir machen hier mal den Partnerstart Und Gut, weiter geht's Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare Wenn ihr irgendwie mit mir spielen wollt Oder so Äh, auf Origin Auch einfach Rokorti, ne Ganz easy going Ja Hoffentlich, äh Ich spiele gerne mit Abonnenten Weil, ja Man kann doch Leute kennenlernen Und so Man, dieser fuck Diese Scheiß Alter, der geht Diese Ah, junge Mann Alter Alter Ey, da fehlen mir echt die Worte Auf jeden Fall, nein Ich spiele gerne mit euch Äh Lasst es mich hören Okay, das ist ein Klon Ich dachte schon Da besteht ein Rebelli Der gerade über mich rüber geschossen hat Okay 40 Oder beziehungsweise 33 zu 41 Wir holen auf Wir sind gar nicht mehr so scheiße Wie ich gedacht habe Am Anfang sah es ja echt ziemlich scheiße aus Komm her Hol ich mir Jawoll Wo ist es das hier Das erinnert mich gerade voll an die olympischen Spiele Wo In dem einen Becken irgendwie grünes Wasser war Weil das so verklort war Ja, aber ich glaube, das war irgendwie so Ja Ja Ja, schon wieder Diese Missgeburt, alter Dauernd Dauernd holt er mich Hey Müssen Ich will sie nach Hause fahren Und erst mal einen Scheller geben Ja Schöne Respekt Scheller hat er sich verdient Rennt hier mit der Schrotze rum Und dann gar nichts Den habe ich mir ge- Ja, 44 zu 50 Ey, es ist gar nicht mehr so Lol Habe ich mich gerade erschrocken, alter Es ist gar nicht mehr so knapp Ich sollte auf den Kopf ziehen Okay Gut, der holt den sich Gut Weiter geht's Wir haben Rang 4 erreicht Sehr schön Sehr schön Wenn ihr auch irgendwie In bestimmten Modus sehen wollt Oder so Dann schreibt es mir einfach Mann, ich bin so schlecht Äh, schreibt es mir einfach in die Kommentare Ich habe jetzt einfach irgendwie Ich mache immer so Suche alles mit rein Und nicht irgendwie was bestimmt ist Und dann Spiele ich hier Ich hätte jetzt noch nicht so Lust Auf den Raumkampf oder so Aber jo Okay, 62 zu 51 Nice Da habe ich von hier hinten erstmal schön geholt Ja gut, da stehen sie zu dritt Was soll man da machen 66, 55 Mein Gott Boah, immerhin habe ich den einen noch bekommen, alter Ey, das gibt es doch nicht 70 zu 47 Ja, komm, wir verlieren Das ist klar Aber noch ein bisschen Spaß haben Vielleicht können wir noch was raushauen Wir haben ja in den anderen Let's Play Projekten oftmals bewiesen Dass man immer noch eine Niederlage drehen kann Ja, mal sehen, was hier noch Was ist eigentlich mit dem hier Der ist so gelb Was auch immer das heißt Das ist wahrscheinlich mein Partner oder so Jo, ich kenne den aber nicht Das ist schon mal gut Sollte vielleicht nicht so offen auf dem Geschütz stehen Ne, aber ich kann mir auch vorstellen Dass wenn ich das jetzt mit irgendwie Mit dem Aaron zusammenspiel Der das Spieler miteinander noch nicht hat Ich fand immer, das lohnt sich nicht Das zu holen Denke mal, ich kann mir Wenn man sich das so absprechen kann Oder auch mit euch spiele So schön absprechen So, das könnte echt spaßig sein Weil man halt auch Ein bisschen gezielt davor Ich kann nicht einfach nur irgendwie Random reinrennen Von wo hat er mich gerade angeschossen Ah, von hinten Ich meine, wo ich lange von diesem Schottgang-Ding, die ich mir angegriffen Alter, hä Da hat er ja total ausgerastet Erstmal holen wir uns jetzt Hier, zack Bringt zwar sowieso nichts, nehme ich an Aber komm Mal platzieren, was bringt's Okay, 18 Punkte 19 Punkte Vorsprung Oh Gott Ich weiß gar nicht, wo die Gegner sind Ich glaube, man merkt, dass ich Boah, fuck Hat der mich einfach weggeholt Man merkt, dass ich ein blutiger Anfänger bin Okay, wir haben verloren Fünf Punkte noch Ich hoffe nur, ich bin die letzte Kill, den sie sich nehmen Das wäre eben ziemlich peinlich Naja Okay, hier haben überall die Klone lang geflogen Gut, den haben wir Okay, 98 zu 81 Okay, ist es knapp Ich habe davor eine Runde gespielt Da bin ich reingejoint So eine Testaufnahme, die war sehr knapp Äh, die war nicht knapp Die war Sack Okay, Jungs, wir haben verloren Jungs, Mädels Naja Was da, was soll man machen? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Es ist nur eine kurze Runde Star Wars Battlefront Weil die kann ich dann mal schon aufnehmen und direkt hochladen Ja, schreibt mir in die Kommentare Verbesserungsvorschläge von wegen, wie ich spielen soll, lieber nicht Das bringt sowieso nichts Ne, aber schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat Ob ihr mit mir spielen wollt Ja, weil Origin einfach Rekordi oder so Erinnert mich einfach Oder schreibt es in die Kommentare Und wir können da bestimmt mal was einrichten Ihr seht, es ist Rang 4 Äh, ich bin nicht der Super Pro Ja, aber ich würde sagen In dem Sinne Das war's Bis zum nächsten Mal Haut rein und habt noch einen schönen Tag Und ja Ciao, ciao